Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Let's Play von Tupont Hospital, Peberley Island. Wir müssen... Schließewelle 10 ab, damit wir den ersten Stern kriegen. Das heißt, wir müssen noch 7 Patienten hintereinander heilen. Oder 6? Ich weiß noch nicht so genau, wie das Ganze funktionieren soll und wieso hast du dich nicht umgezogen? Er hat keinen Schlüpper an. Der Herr hat keine Schlüpper an. Wahrscheinlich ist die erste, wenn sie noch die einfachste. Noch 4? Ich frage mich, ob das denn komplett abbricht, wenn man jetzt... Ah! Okay. Noch 2. Aber hier sind doch gar keine 2. Nein! Habt ihr nicht gesehen. Ich brauche noch eine kleine Klimaanlage hier hinten. Sonst wird es ihnen ja echt zu heiß. Oh Frosche! Jetzt 15, okay. Wir entschuldigen uns für den Möden, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Ich kümmere Feuer. Die Freche! Ach du Schande, ey. Machen wir noch hier die Instandhaltung. Welle 2 beginnt jetzt, okay. Also es kommen wirklich immer so kleine Wellen. Können wir machen. Ich bin gespannt. Ein Assistent wird an der Aufnahme verlangt. Ach, den zweiten Assistenten. Nee, 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 nee. Halt noch ein bisschen aus. No. Da bin ich ja mal gespannt, wie viele Wellen es geben wird. Wir könnten eigentlich... Machen wir mal so. Wenn einer von euch zu langweilen hat, dann kann ich euch doch gerne helfen, wenn ihr hier so am Rumspringen seid. Ähm. Ne? Mit Dings. Also das ist nicht das Problem. Ich mache jetzt schon den DNA-Dings, weil er ja zum einen... ähm, ähm, Diagnose stellt und zum anderen eigentlich auch ziemlich gut ist, was Dings angeht. So, das machen wir jetzt erst mal so. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Dich nehme ich auch mit als Geisterjäger. So, einen haben wir schon mal. Von 14. Oha. Weiße Zähne. Okay. Wird zur Apotheke. Eigentlich mag ich das ja nicht wirklich. Das belassen wir jetzt mal. Ja, wo sind denn die Krankenpfleger? Madame. Okay, jetzt gehen wir die Ärzte hier flöten. Ist vielleicht nicht so cool. Das kann noch eine Weile dauern. Das dauert auch noch eine Weile. 13 Patienten. Was machst du? Ach so, Plümchengießen. Ich denke mal, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Wie viel hast du hier? Fortgeschüttener Wahnsinn. Nein, dich will ich auch nicht. Dich behalte ich. Ich würde ganz gerne noch einen Psychiater. Ich habe jetzt fünf Ärzte. Aber einer ist ja in der Fortbildung. Weiterbildung abgeschlossen. Nein. Kein Dingsbums. Und anscheinend hat nur wieder... Feuerübung. Es gibt wirklich ein Feuer. Was? Wo? Instandhaltung der Psychiatrie erforderlich. Ach, das zählt auch als Feuer. Gut zu wissen. Bäm. Erstmal 10.000 Sachen gemacht. Geht mir auch noch zwei hin. So, Welle 2. Also, das ist schon Heilungsrate. Also, Heilungsrate 4,15. Benötigte Heilungsrate 5,50. Puh. Dann hoffen wir mal, dass wir bald soweit sind. Geisterjäger. Habe ich nur einen Geisterjäger hier? Der kann noch ein bisschen rumspuchen. Soll vorkommen. An den besten Familien. Verbleibende Patienten 5. Ist denn das Spiel... Ich frage mich, ob es denn gescheitert ist. Jede Welle beginnt mit der Ankunft mehrerer Patienten. Wir müssen eine bestimmte Prozentzahl dieser Patienten heilen. Aha. Das Icon steigt sogar. Aber so viele Patienten habe ich hier doch gar nicht mehr. Nussbarhaut. Wo sind denn meine Patienten? Nächste Welle. Okay. Ohne Herausforderung. Also, das Spiel ist ja nicht komplett beendet. Es sind auch keine Ärzte hier drinnen. Jetzt reicht es mir. Also, das ist ja mies. Vergiss es so. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Und du kommst da rein. Ne, Quatsch. Andersrum. Das ist was. Dich nehmen wir mit. Da habe ich ja die Faxen dicke. Annehmen. Ich schaffe 90 Tage ohne einen Todesverhältnis. Das kriegen wir hin. So, jetzt nochmal das Ganze. Wir haben 15. Und der Krankenhausleiter ist sehr gierig. Wurde ich noch erwähnt haben. Wir müssen mehr Profit machen. So. Ja. Was machen wir? Manchmal hast du sie ein bisschen. So. Du bist soweit. Was war das denn? Hupschung. Zwei. Was war das denn jetzt? Okay. Hier wartet nur gerade einer. Hausmeister zur Reparatur des Medikamentenmixers, bitte. Der ist doch eher gerade beim Upgraden. So einen haben wir schon. Ich frage mich, ob denn wirklich gewartet wird, bis denn die ganzen Patienten durch sind. Also wenn die immer nur so in den Wellen kommen, finde ich das vollkommen in Ordnung. Das hat natürlich nicht funktioniert. Bis jetzt sind wir ohne einen Todesfall, was sehr gut ist. Jetzt haben sich hier schon drei angemeldet. Knusperhaut. Einfach nur Station. Die könnten beschädigt werden. Was will ich denn hier sagen? Wir brauchen mehr Geld. Leiden Sie unter gefährlichem Salzmangel? Na! Gucken wir das nicht an. Jetzt Briony Brittle. Den Geschmack des Meeres jederzeit und überall. Hausmeister müssen wir auch verbessern. Das ist Radio Two Point. Komm schon. Achtung. Salzmische Aktivität gemessen. Bitte nicht. Sind nur noch... 20. Nicht mal 20 Tage. Noch 10 Tage. Oha. Noch 10 Tage. Kurs starten? Hintereinander verblieben geheilt. Ich habe noch sieben. Komm schon. Der Medikamentenmixer macht es. Das haben wir hingekriegt. Wie sagt das Personal? Manche sind ein bisschen zickig. Ich habe ein bisschen Angst, was das hier angeht. Ich habe noch sechs Patienten. Also es ist wirklich... Eine Frage der Zeit. Es ist eine Frage der Zeit, bis wir... ...hier weiterkommen. Aber ich denke, je besser unsere Maschinen werden, desto besser wird es auch das Krankenhaus. Es sind ja wirklich nur noch diese fünf. Die vier. Und irgendwo hockt hier noch einer rum. Die hat Knusperhaut. Heilungsrate ist bei 40. Also das kriegen wir. Wenn wir die zwei jetzt hier noch durchkriegen, haben wir vielleicht Glück. Komm schon. Wo ist denn meine Station, Schwester? Es ist immer so nervtötend manchmal. Dass sie einfach den Raum verlassen. Wo sind die denn hin? Ich habe doch gesagt, die sollen in ihren Dings bleiben. Heilungsrate. Aber wir haben die zweite Welle jetzt hinter uns gebracht, oder? Zählt das erst, wenn jetzt hier alle draußen sind? Benötigte Heilungsrate 55. Heilungsrate ist bei 60. Ah, ich habe gerade eine Tasse Kaffee gemacht. Gibt es was Besseres? Der nächste Song ist genau wie eine Tasse Kaffee. Stark, heiß und brandvoll mit Kaffeeweißer. Also, Ohren auf und rein damit. Du kannst schon eigentlich weiterentwickelt werden. Nein! Nicht schon wieder. Ich hasse das. Hier sind wieder 50. Jetzt kommen wir aber 20. Wie sie auch alle herrennen. Ablehnen. Da wird gerade jemand weiter gebildet. Sorry. So, der Medikamentenmixer wird schon mal weiter und hier ist auch schon mal besser. Was haben wir denn hier so schönes? Die sehen aber eigentlich noch ganz normal aus. Jetzt nichts, wo ich sage, das können wir uns nicht leisten. Oh, der ist eigentlich ziemlich cool. Habe ich denn Leute, die im Spritzenhaus arbeiten könnten? Ja, einer. Dann stellen wir dich ein und dann holen wir nämlich noch das Spritzenhaus jetzt rein. Wenn ich es finde. Wenn ich es finde. Spritzenmeister. Ich mache mal das da so hin. Der Schrank dahin. Feuerlöscher. Und wo ist denn jetzt der Korbstuhl? Der Korbstuhl dahin. Dann kommen hier die Bänke. Ich finde die Bänke sehr cool. Den Mülleimer, bitte schön, da in die Ecke hin. Und einen Broschürenstinder direkt dahin. So, was sagt die Temperatur? Ja, das ist sehr heiß wegen den Dingern hier. Wieso ist es hier so heiß? Da können wir genauso gut auch einen großen hinstellen. Aber die arbeiten auch schlecht. Warum bist du denn jetzt hier raus? Das verstehe ich nicht. Du kannst doch bestimmt da drin arbeiten. Nee. Ich müsste dich da drin ausbilden. Mach mal gleich. Entwesungsanlage. Wo haben wir denn denn? Entwesungsanlage. Eins, zwei. Die Tür noch. Tierische Anziehungskraft. Das war's. Muss ich jetzt erstmal selber überlegen. Was war das nochmal? So, dann kommen hier nochmal Getränkeautomaten hin. Damit die auch ja zurechtkommen. Ein Müllammer. Ein Broschürenständer. Dann kann hier in der Ecke noch was rein. So was Kleines. Was wie Marketing oder sowas. Ah, jetzt bin ich im Minus. Sehr uncool. Ausgerechnet, wenn ich jetzt hier noch einen Onkel Doktor, eine Krankenschwester brauche. Kartenpflege zur allgemeinen Diagnose, bitte. Kann ich mir gar nicht leisten. Jetzt schon. Das hat sich. Was bist du? Weiterbildung. Kann ich mir aber nicht leisten, ne? Kommt noch. Ich wollte den einen noch in Spritzen-Dings verbessern. Forschung. Geht gar nicht. Ha. Hätte ich gedacht. Heilungsrat ist bei 20. Ich habe jetzt aber auch als vier geheilt. Oh, die Krankheit entdeckt. Kommt sofort in die Psychiatrie. Das wird verbessert. Und das wird verbessert. Aha, schon wieder Minus. Aber mir ist lieber, wenn sie jetzt hier so ein bisschen verbessert werden. Die Heilungsrate haben wir auch fast geschafft. Penny ist jetzt befördert worden. Der ist sich nicht sicher. Der aber. Hätten wir das jetzt erstmal. Heilungsrate. Das hat nicht funktioniert. Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung benötigt. Aber hier sind sie am Arbeiten. Chirurgie wollte ich nicht. Mechanik 2 wollte ich. Der kann dann nämlich alle anderen jedenfalls den anderen Mechaniker weiterbilden. Ich habe nämlich hier, ne? Zwei Mechanik und zwei mit Standhaltung. Hallo. Fröhliche Phrasen für freudige Freidenker ein Sprichwort, das wir von Lorenz Laber bekommen haben. Es lautet, lebe jeden Moment so, als müsstest du gerade zur Arbeit und dein Toaster brennt. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, was das bedeuten soll, aber Toast mag doch jeder. Ich bin mir auch nicht so sicher, was das bedeuten soll. Ach, wie ich das hasse. Wir haben sie erstmal eine Reihe von Dings. Du es nicht. Du es nicht. Verdammt. Aber wir haben die Welle schon mal fertig. Läuft das ganz gut. Der Spritzmeister wurde jetzt verbessert. Sehr schön. Das kann auch noch. Das DNA Dings läuft auch. Kannst du überhaupt? Ja, du hast eins. Mensch. Das sind noch zwei Leute hier. Die du heilen musst. Aber das ist eigentlich witzig. So kommt hier eigentlich nicht so ein richtiger Auflauf auf. Aber ich frage mich, was denn so beim zweiten Stern und dritten Stern kommt. Das heißt, einer ist noch. Mechanik 3. Mann. Mir fehlt das Geld. Und die eine Tusse ist noch nicht so weit, ne? Einmal fehlt noch. Das ist halt auch so ein bisschen blöd, weil wir echt auf den warten müssen. Aber das haben wir. Immerhin. Aber da stand auch, je mehr wir in einer Reihe heilen, desto besser, desto mehr Geld kriegen wir eigentlich auch. Und eigentlich müssten wir dich auch. Wie viel sind es hier? 25. Das nehmen wir mal an. Ich meine, Patienten haben wir jetzt genug. Es sind 25, Heilungsrat ist immer 55. 25 Patienten haben wir. Ich bin gespannt. Wieso du da nicht drin bist, das verstehe ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich. 1, 2, 3, 4, 5. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eigentlich brauche ich 6 Ärzte. Oh, der wäre ein Traum. Da sollte ich mal einen Kredit aufnehmen. Eventuell. Dann könnte ich den einstellen. Und dann könnte ich auch den einen Typen in der Instandhaltung... 2... Ne, gut, das funktioniert nicht. Dafür bin ich wieder zu pleite. Wir halten gerade alarmierende Berichte über ein Erdbeben, das große Schäden an einem örtlichen Krankenhaus angerichtet hat. Ich hoffe, keiner von euch hat sich was gemacht. Aber wenn doch, seid ihr wenigstens gleich am richtigen Ort. Na, ich hab dich ja auch hier so ein bisschen... ...verbessert. Das sollte ich Forschung 3 noch machen. Ah, das hat weh. Aber... Je schneller sie ist, desto besser. Du kannst jetzt erst mal... Ich werde dich vielleicht doppelt gemoppelt wieder machen. Oh, das ist so weh. Sehr schön. Hier geht das, hier geht das. Jetzt hat mal wieder Frösche geregnet. Aber eigentlich müssten alle das können, was sie können. Sobald die hier durch ist, kann sie nämlich Forschung lehren, also studieren, weil eins hat sie ja, ne? Genau. Für eine Weiterbildung. Bei wie viel sind wir? 32. Fünf haben wir schon. Noch zwei. Was bist du denn? Wie cool. Die Google 8. Ah, du bist bestimmt hier einer für die Dings, ne? Für den Entleuchter. Nee, da krieg ich den Entleuchter nicht rein. Doch, krieg ich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, das ist aber klein. Kommt die Tür da hin. Apfel einmal kommt hier in die Ecke. Feuerlöscher direkt daneben. Das sind Leuchtungsposter und natürlich auch einen Korbstuhl. Ach, den kann der da gar nicht ran. Was sagt hier so Dings? Wieso funkt? Ich hab hier keine Klimaanlage reingestellt. Sehr schön. Geld habe ich noch. Nimm ich dich. Quirulan Kugelkopf. Hä? Aufgrund mangelnder Freizeitaktivitäten haben Betroffene nichts als Billard im Kopf. Um die Besessenheit zu lindern. Was ist denn der Quirulant? Abgrundung. Reanimation. Der ist aber neu. Der ist neu. Ne, der hat ein Gesicht. Ach, fuck. Zimmer. Das will ich sehen. Ich weiß nicht, wie groß der werden muss. 3x3 schon mal nicht. So. Lass ihn. Oh, bitte, bitte, bitte. Mein Gott. Das will ich sehen. Wer muss da drinnen arbeiten? Der Onkel Doktor. Kann ich mir nicht leisten. Hm? Ich nehme den. Allerdings kommst du weg. Du kommst nicht in die Vorschau. Das will ich sehen. Oh mein Gott. Hallo. Ich tue dich doch da nicht rein, weil ich Langeweile habe. Jetzt was machst du dich und dann kommst du da rein. Und dann... Nee. Dann kommst du nämlich komplett weg. Den Quirulanten will ich sehen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Eines unserer Krankenhäuser wurde nach einem Froschregen geradezu von Amphibien überschwemmt. Ist die Natur nicht beeindruckend? Wie sahen die Froschwolken wohl aus? Denk darüber nach, während der nächste Song spielt. Nein. Also wir haben noch acht Patienten hier im Krankenhaus. Wo ist der Kugelkopf? Jetzt sag nicht, ich hab den verpasst. Das will ich sehen. Das will ich zum Geier sehen. Du arbeitest hier schon weiter. Dann kriegen wir dich nämlich auch hin. Bis... So. Nein. Du gehst zum Quirulanten. Das will ich nämlich sehen. Jetzt arbeiten die hier nämlich mal ein bisschen schneller. Du hast fünf. So, ich hoffe, das ist eine gute. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Ich will das sehen. Und ihr bestimmt auch noch. Also er legt sich da drauf. Nee, muss ich da festhalten? Dem wird das Ding weggeschossen. Plupp. Hat aber nicht funktioniert. Okay. Gut, dann sag ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bist du in der Pause? Ja. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin sag ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017